Ganz häufig bekomme ich die Frage gestellt, warum meine Teige so weich sind und dann frage ich immer zurück, sind sie denn überhaupt so weich oder hast du Angst vor dem Teig? Meistens ist es der letzte Fall, Teige kleben einfach, Brotteige sind klebrig, wenn sie gut werden sollen, da muss man durch. Solange man mit den Händen im Teig ist, kann es kleben, in der Schüssel auch, wenn der Teig auf den Tisch kommt, muss Mehl auf den Tisch, dann klebt es nicht mehr und wenn man den Teig dann auch noch schonend behandelt, ohne Druck mit ihm arbeitet, dann kann es passieren, dass man einen richtig weichen Teig auch ohne Kleberei zu einem guten Brot bekommt.